Der Gründer von Wikileaks, Julian Assange, wurde gestern aus dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in England entlassen und darf nach Australien ausreisen. Allerdings muss er zunächst auf die nördlichen Marianen, um sich vor einem US-Bundesbezirksgericht schuldig zu bekennen. Ein Teilgebiet dieser Inselgruppe im Pazifischen Ozean zählt als Außengebiet der Vereinigten Staaten. Assange wird vorgeworfen, Geheimnisse über die militärische Verteidigung der USA preisgegeben zu haben. Nach dem Gerichtstermin darf er, sofern der Richter nicht anders entscheidet, in seine Heimat zurückkehren. Ungewöhnlich an dem Vorgehen ist auch, dass das Strafmaß noch am selben Tag verkündet werden soll. Assange saß seit 2019 in Untersuchungshaft. Die US-Behörden werfen ihm Geheimnisverrat, Verschwörung sowie Cyberangriffe auf das Pentagon vor. Ein Großbrand in einer südkoreanischen Batteriefabrik hat mindestens 22 Menschen das Leben gekostet. Die meisten Opfer waren Gastarbeiter aus China, Laos und Südkorea. Das Feuer brach aus, als sich eine einzelne Batteriezelle explosiv entzündete und auf weitere Batteriezellen übergriff. Die Feuerwehr konnte erst nach mehr als viereinhalb Stunden in das Gebäude vordringen. Staatspräsident Yoon Suk-yol hat angeordnet, dass die Regierung Pläne ausarbeiten werde, um ähnliche Katastrophen in der Zukunft zu verhindern. Meta, das Unternehmen hinter Facebook und Instagram, hat Probleme mit der Kennzeichnung von KI-generierten Fotos. Viele Fotografen beschweren sich, dass ihre Bilder fälschlicherweise als Made with AI markiert wurden. Gleichzeitig gibt es offensichtlich KI-generierte Bilder auf den Plattformen, die ohne Hinweis auf die Erzeugungsart veröffentlicht wurden. Meta hatte Anfang des Jahres angekündigt, KI-generierte oder mittels KI bearbeitete Fotos zu kennzeichnen, um Nutzer vor Täuschungen zu schützen. Eine Gruppe von Plattenlabels hat Suno und Udio zwei Anbieter von KI-Musikgeneratoren wegen massenhafter Urheberrechtsverletzungen verklagt. Die Labels behaupten, dass die generierten Musikstücke geschützten Aufnahmen zu ähnlich seien. Die Beklagten argumentieren hingegen, dass ihre Arbeit transformativ sei und daher unter das Fair-Use-Prinzip falle. Dann wäre die Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material für bestimmte Zwecke erlaubt.